Ja, töten. Aber jetzt schafft man es, Alter, komm. Da oben warten schon die Schirchenkinder. Hallo Leute, im Hintergrund seht ihr vom heutigen Stream einen Ausschnitt. Und wie ich heute Nachmittag schon gesagt habe, gibt es heute ein paar Announcements zu verkünden. Da ich nicht lange um den Brei herumrede, sage ich einmal die wichtigsten Sachen. Ab jetzt drehe ich mich mit Kamera und so mit der Webcam. Den Grund dazu sage ich euch dann gleich. Dann habe ich einen Avatar, das habt ihr vielleicht auch schon gesehen. Den tue ich dann auf die T-Shirts, dann geht es dann in den nächsten Tag auch als T-Shirts zu kaufen. So, Pärle, wer war das? Die waren nur irgendwer und fünf Leiden gleichzeitig auf mich. Dann werde ich auf der Red Bull Planet One sein. Red Bull Planet One, das ist eine Landparty. Am 2., 3. und 4. November. Und ich werde wahrscheinlich am Samstag dort sein, das ist am Wochenende, Freitag, Sonntag. Ich werde wahrscheinlich am Samstag dort sein. Leider haben die keinen Overwatch als Tunnel, sie haben dort da zwei, wie ich gesehen habe, Hearthstone aus Blizzard-mäßiges. Aber kein Overwatch, aber ich werde halt wahrscheinlich dort dann Overwatch spielen. Aber da werde ich dann halt auch ein T-Shirt mitnehmen und das anziehen. Zum großen Announcement, warum ich eine Kamera eingeschaltet habe, warum ich jetzt täglich streamen werde, ist, ich habe Sponsoren. Zwei Sponsoren bekommen, einmal Real Mix, das ist ein Getränkehersteller. Der macht Energydrinks, aber auch für das Getränkehersteller, was ich werbe, ist ein Eistee-Getränk, das Pfirsich und Zitrone in einem hat. Weil die meisten anderen Hersteller haben ja entweder Pfirsich oder entweder Zitrone. Und der hat halt beides in einem Getränke. Also das ist mal Rhin-Mix, den ich als Sponsor gewinnen konnte. Und der zweite Sponsor ist Spar. Die SPG-Linie vom Spar sponsert meinen Kanal, das finde ich auch sehr super. Good Job! Oh, sehr erdo! Ja, das freut mich sehr. Sie schicken mir beide Kartons zu. Die werde ich wahrscheinlich dann unboxen. Und das freut mich sehr. Also freut mich sehr, dass ich zwei Sponsoren bekommen konnte. Rhin-Mix hat mir am Freitag zugesagt. Und Spar hat mir heute am Montag zugesagt. Darum werde ich jetzt mit Kamera streamen und jeden Tag streamen. Zum Beispiel versuche ich jeden Tag, also jeden zweiten Tag oder jeden Tag zu streamen. Da ich eh jeden Tag spielen werde, weil ich ja zumindest die 1500 XP bekommen möchte beim ersten Sieg. Du Damm-Futter-Teuter-Sarren-Schädler, Leute, das habe ich gerade mitgekriegt. Diesmal nachgrennt das. Ja, diesmal nachgrennt das schiefe Kind. Wenn ich alleine spiele, spiele ich allein. So wie zum Beispiel heute. Manchmal spiele ich mit dem Kumpel René. Wenn ihr mitspielen wollt, könnt ihr gerne mitspielen. Ihr könnt ihr jederzeit melden. Kreuz daher ist schiefe Kinder. Ja, wie gesagt, nur mal schnell gesagt, neues Avatar, dann Kamera-Livestream, also Kamera eingeschaltet ist mit Livestream. Der Livestream wird öfter sein. Zwei Sponsoren, RealMix und Spar, beziehungsweise ES-Budget liegen hier vom Spar. Und Red Bull Planet One werde ich dort sein. Also wer dort ist, kann mich gerne ansprechen. Ja, ich schau, ich glaub's Handy. Ja, ich schau, ich schau. Und er bringt das um die Schere, sah. Na schau. Ich schau, ich schau. Oh, ich schau. Das ist ein paar Schere, sah. Und das ist eine Scherz. Und das ist die Schere. Ich schau, ich schau. Und das nicht. Ich schau im Gegenteil. Ich schau die Träge scherze, die A-prozent. Baaah! Das ist immer in der letzten Sekunde das immer... Baaah! 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 Kurva Eilert! Aber mein Ult ist nicht weg zum Glück Baaah! Baaah! Du bist Schüter, du Schirkskind, oder? Immer den letzten Sekunden! Willst du da heilen, passt die Mäus! Was tust du teppertes Kinder, oder? Müht nicht, oder? Und wie geht der Grund nie, eigentlich! Und wie geht's nicht? Auf die Knoten! Waaah! 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 Also, auf der Knoten wird... Waaah! 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 Geht's mal als damals Ach kurweilert Geht's doch Na also Geht doch Verdammt du Hirnscheisse da Highlighter Spiels Mache ich auch dass ich Highlighter Spiels bin verdammte Scheisse Das meine ich auch Burschen das meine ich auch Das meine ich auch Ah ja da können wir mal Ich hab mein U2 auch schon gesehen Ja gibt es ja meine Ja wir hoffen Führungsrolle schau so geht das Ich hab's auch mal gewonnen